Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück hier in Seven Days to Die in der Random Map. Die üblichen Verdächtigen sind dabei. Ich mache mal die Spielerliste auf. Ihr wisst es bestimmt schon, die Serenipity. Hallo, Elin. Mit 70 Zombie-Kills. Frau, irgendwie ist mir nicht schlecht. Mann, Mann, Mann. Ich wandle auf Spuren von Jack. Auf Platz 2, ja, ja. Jack Fleischhammer ist mit dabei mit 78 Kills. Hallo. Hallo. Und da mit 44 immer noch mehr als der Minyas, der Wellcry. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Und wisst ihr, was ich gefunden habe? Wir wollten gerade die Aufnahmen bestanden, sage ich, hier ist doch so rötlich. Ich habe Clay gefunden und zwar massig. Da nehme ich jetzt erstmal ein bisschen mit. Hey, Clay, wir müssen Zombies suchen. Wir müssen an den beiden vorbei, Minyas. Los, was ist denn? Das schafft der Minyas im Leben nicht. Ey, ey, ey. Jetzt fällt mir die eigene Frau in den Rücken, ja. Tja, es ist halt realistisch. Das ist aber auch gemein, also. Ja. Das heißt, es ist auch gemein. Merkste? Ich leide so ein bisschen. So, ich bin hier in der Wüste und will ein paar Stahlbarren schlagen. Einfach nur, um Kraft zu kriegen für den Überlebenskampf. Was macht ihr denn so? Was plätschert ihr denn so verdammte Scheiße? Ich bin gerade durch den Raum gelaufen. Die Frau macht in die Ecke und es plätschert. Ich bin der Einöde und wohl Eisen. Eisen, okay. Ich bin jetzt in dem auch... Die Eisenträger da. Die Eisenträger, die zerklopfe ich auch gerade. Ja. Ähm... World Cry sucht nach... Unbekannten Gebäuden. Also, du suchst ein bisschen die Map. Ja, ich kreiniere einmal die Straße entlang. Okay. Und Serendipity? Ich stehe vor dem einen, ähm... Er droppt der... Ah, ja, jetzt. Oh, fuck. Eine Biene. Ich habe die Ambrust nicht gezückt. Geh weg. Lass mich kurz die Ambrust zücken, Biene. Ey, es ist fair. Äh, wenn ich nur kurz... So, jetzt. Komm her, Biene. Schon übel, wenn... Die sind zu zweit. Die sind zu zweit. Schon übel, wenn so eine Biene mit 60 Frames auch anzukommt. Oh, die ist viel zu schnell. Nein, ich habe vorbeigeschossen. Lad nach, Minjas. Lad nach. Ich treffe doch wieder nichts. Nein, es ist abgetaucht kurz davor. Sollen wir tauchen die... Sind die Bienen irgendwie die Legend? Ja. Ja, ja. Ich habe Angst. Also, das Gefühl hatte ich beim letzten Mal. Die ist ganz kurz davor, dass sie bei mir hochgezogen. Ja, die weichen aus, oder? Ja. Oh, ich bin schon wieder... Jetzt wird es knapp. Du musst auf die schießen, wenn sie dich anvisiert. Wenn die auf dich zugeflogen kommt. Okay, alles klar. Komm her, Biene. So habe ich das zumindest in den Kommentaren von mir verstanden. Nein, 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 nein. Die stechen mich. Nicht angreifen. Die schießt... Jetzt nehme ich meinen Hackebeil. Komm her, du. Die schießt Honig. Pass auf. Oh, Mist. Glühenden Honig. Oh, ich treffe sie nicht. Oh, ich bin schon fast kaputt. Ich bin schon fast kaputt. Ich sterbe. Ich muss weg. Ich fühle mich gerade ganz gut unterhalten. Nein, nein. Für mich ist es so wie drei Fragezeichen. Warte, 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 warte. Biete, 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 biete. Sei brav. Ich bin auch ein Idiot. Wo ist man? Ich brauche Tabletten. Kann ich noch binden? Binden. Du kämpfst gerade gegen fünf, sechs, sieben Bienen. Fünf hundert. Nein, es ist noch eine. Wenn man dir so zuhört, würde man auch sagen, ja, aber auch Tabletten. Entschuldigung. Hallo? Ich hau nochmal eine Banage nach. Wow, was ist denn das für ein Felsen? Ach, okay. Es poppt langsam von mir auf. Es ist doch mehr Felsen. Hier ist im komplett flachen Land einfach so eine abrupte Art Steilküste. Sieht ganz interessant aus. Oh, ich hab's erledigt. Du Biest. Ich hab noch einen Schuss gehabt. Aber die fängt wirklich abrupt an und hört abrupt auf. Nochmal, was bitte? Ich konnte gerade nicht zuhören, weil ich in Panik war. Warte, was sagst du? Nee, es ist so eine Art Steilküste vor mir, aber eine ganz kleine. Oh, cool. Sieht irgendwie knuffig aus. Wär das was für unser, genau. Ihr könnt jetzt auf dem Kanal von Welker ja mal zuschauen und gucken, ob ihr da... Naja, es sieht ganz... Oh, ist doch größer anscheinend. So cool. Also so eine Steilküste finde ich ja als Bauplatz recht schick. Also was ich ja vermisse, muss ich ganz ehrlich sagen, als man die Screenshots bei Matt Mole auf dem Blog gesehen hat, da hat man doch gesehen, da... Airdrop. Oh, ein Spucker. Komm, jetzt, 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 nicht... Wo? Schon wieder? Wir hatten doch erst. Oh, zweimal. Das ist direkt bei uns irgendwie, ne? Ich renne hin. Ich sehe nichts. Also ich habe nicht gesehen, wo er was hat fallen lassen. Zweimal. Ich auch nicht. Dreimal. Das sind drei Stück. Seht ihr, sie nicht fliegen. Die leuchten orange. Ah, doch, da ist... Drei Stück. Ich gehe zu dem Linken, beziehungsweise wer von unserer Basis steht, ist zum Rechten. Ich kann es gerade nicht sehen, weil ich bin... Hier sind überall Bäume. Kann man hier rauf? Ich sehe nur zwei, ne? Ich sehe ihn. Ich sehe drei. Ach, okay, die sind bei euch hinten gedroppt. Ich bin ja schon... Ja, okay, die sind weit weg. Gut, da gehe ich zum Mittleren. Wer geht zum Mittleren? Keine Ahnung, zu welchem ich gehe. Ich renne einfach auf einen zu. Ich renne zum Meister. Ich sehe nur zwei. Also, was ich hier habe, ich bin jetzt einmal um diesen Felsen umzugelaufen. Da ist ein bisschen Metall in den Felsen. Das könnte ich mir gleich mal abbauen. Oben ist ein paar Schichten Clay reichlich. Ja. Der Feld ist an der tiefsten Seite so drei oder vier hoch und hat aber nirgends so einen Aufgang. Also, man könnte oben drauf könnte man theoretisch schön einen tollen Nachtgarten anlegen. Aber so in den Fels reinbauen, lohnt sich wahrscheinlich von der Höhe nicht. Okay, verstehe. Aber es ist direkt an einem See gelegen. Es liegt aber überwiegend auf dem Trocknen. Scheiße, was schmeiße ich denn jetzt weg? Das meiste davon liegt auf dem Trocknen. Ah ja. Und da nämlich viel Kohle ist drin. Aber ist gar nicht so. Und ist auch nicht so weit weg von da, wo wir jetzt sind. Ich abdickse. Kann theoretisch mal jemand hinlaufen und sich das angucken, wenn er Lust hat. Okay. Alles klar. Machen wir gerne. Kommen gleich zu dir. Ich würde noch kurz den Airdrop looten. Oh, da ist er. Ich denke, wir haben bestimmt noch schönere Stellen. Eigentlich wollte ich ja gucken, ob ich alle Gebäude finde. Naja, ein Bauplatz ist ja auch kein schlechter. Ich meine, bevor wir uns jetzt da großartig noch weiter ausbreiten. Und wenn es hier in der Nähe ist. Das ist aber auch cool, wenn wir zu gehäusern. Irgendwie persönliche Meinung. Okay. Ja, wir können ja ein Sommerhaus machen am See. An der Klippe. Da habe ich gerade weiter sehen. Und den anderen habe ich aber nicht. Einen sehe ich. Da laufe ich gerade zu. Aber den einen habe ich aus den Augen verloren. Einer dampft hier noch. Da geht aber irgendwo jemand gerade hin. Oh, ist wie damals ein Russ. Achso. Bin da. Ah, sie war witzig. Oh, sechs Wasser waren drin. Von sich waren eben auch nur Wasser drin, ja. So nett, die Leute. Ja, wirklich, dass die uns das hier bekommen lassen. So, ich komme wieder zurück. Ich habe hier nämlich auch noch Freunde. Hier, den Heik. Sehe ich den anderen. Ich habe zwei gelootet. Also, aber das hat sich nicht wirklich gelohnt. Also, in dem anderen war ein bisschen mehr drin. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, was drin war. Du fettes Stück jetzt. Verrück endlich. Verdammt nochmal. So kannst du mit mir auch nicht sprechen. Jetzt fühle ich das eine Unart. Ja. Jeden Tag. So. Oh, ein Wasser hast du. Echt fettes Dreckstück, Mann. Alter Freund. Jack. Ja, ich finde es kacke. Das muss ich täglich ertragen, ja. Ja, ist schwierig. Ich weiß nicht, wie du das machst auch. Ja. Nervli, bin ich auch ein Frack. Ich bin immer ganz kurz davor, sie anzuzeigen. Wegen Verleumdung. Ja, genau. Über Nachrede. Komm, ey, jetzt geht auch mal. Wow. Oh, scheiße, der ist voll und ich habe Dreckstück. Okay, die Hose schmeiße ich weg. Die Patron schmeiße ich weg. Hast du die Hose gemacht? Ja, genau. Die Hose kann ich wegschmeißen. Die Pillen packe ich in die Tasche. Hier sind zehn Antibiotika drin, dafür schmeiße ich die Sticks weg und ich schmeiße... Du hast zehn Antibiotika? Und ich schmeiße die Dinger hier weg, ja. Im Airdrop oder wie? Ja. Oh, cool. Das ist nicht schlecht. Das ist super, weil das braucht ja ewig zum Herstellen. So, und jetzt, was mache ich jetzt? Jetzt sortiere ich erst mal um. Ich packe das Essen nach... Ne, die Antibiotika ist nach oben. Der Drop auf der Straße hat noch keiner von euch den zuvor. Ich habe hier einen auf dem Wasser. Das war nur noch drei. Wie viel hast du denn gefunden? Waren da doch mehr als... Ja, wir hatten ja vorhin zwei. Wir hatten ja vorhin schon mal zwei. Und einen davon habe ich wahrscheinlich jetzt gelootet. Also ich habe mich jetzt entschieden, doch Felsen zu klopfen, weil ich da ja noch anderes Material rauskriege, außer nur das Metall. Eben, ja. Das ist das Judan-Felsen. Sag mal, seht ihr das genauso? Ich meine, früher waren wir doch die Wühlmäuse und haben uns... Also ich kann mich an den Anfänger erinnern, regelmäßig eingebuddelt. Das ist ja gar nicht mehr notwendig eigentlich. Nicht so wirklich, ne. Also finde ich schade. Ja, genau. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Mir geht da so ein bisschen was ab. Also was kriegt man denn in Erden noch? Tanksten, oder? Oder Wolfram, oder was war das? Ja. Naja, also wenn du Nennenswertmetall haben willst, ne? Also in größeren Stücken. Also eine Eisenader zu finden, ist schon wertvoll irgendwo, ne? Für Bleimuster mittlerweile 60 Block tief. Ah. 60 Block tiefe Blei. Hier war mal von 0 bis 20 war Eisen. Von Eisen und Kohle. Ab von 20 bis 40 war Potession. Von 40 bis 60 war Blei. Und da drunter ist Tanksten, genau. Okay, ich muss noch ein bisschen durchschnaufen hier. Oh Mensch, der Kampf gegen die Biene. So ein Drecksvieh. Das hat mir echt das Leben schwer gemacht. Ich muss echt mit der Armbrust üben. Schatz, ich gebe dir gerne mal eine Lehrstunde. Ja. Weil ich schieße ja mittlerweile besser als du. Also, ich kann mich da an den Stream erinnern, wo Minyas doch glatt hier den einen oder anderen Kill recht leicht aus dem Ärmel geschüttet hat. Aber nicht in dem letzten Livestream. Da habe ich nicht eingekillt, meine ich. Möchte ich sagen, doch, klar. Echt? Ja. Okay, na gut. Ich habe... Neu gesagt habe. Übel. Wo du noch sagst, Minyas bist du, gib Minyas zurück. Oder so war es gewesen, ja. Ja, Valkyrie hat ja gedacht, ich mache es mir ein bisschen schwieriger und hat noch einen Stream angeworfen. Ja, genau. Und hat somit seinen Skill massiv erhöht. Ne, wie sagt man das? Sein Handicap. Warum? Das wollte ich sagen, ist sein Skill. Ja, das war... War bestimmt übel. Schwierig, ach, also im Let's Play würde ich es schwierig finden, muss ich sagen. Aber im Stream geht das. Ja, gut, da wollten wir auch den Abonnenten eine Chance lassen, ne? Jackie hat das zwar nicht ganz verstanden, aber... Ah, nee, ich habe ja so viel, was ich gesagt habe. Das war eine Absprache, da warst du nicht da. Du mein Alter. Konnte ich wissen. Aber wie gesagt, die Zähne mit den Landminen, Hammer. Das muss man nochmal als Special irgendwie rausziehen, weil von Weitem sah das auch so cool, weil du so, ha, einen, ha, den Zweiten und den Dritten Auto. Wohlgefeiert. Das war echt geil, wie sind denn die Herrsinn und irgendwie... Ja, da haben sie sich bestimmt... Im TS haben sie sich bestimmt abgefeiert, wie sie mich gleich haben. Ja, genau so. Das tut mir leid. Was macht man eigentlich mit dem ganzen Stein? Können wir das irgendwie sinnvoll verbraten, um zum Beispiel... Daraus machen wir Schattenstone und daraus machen wir... Ähm... Feile. Ja? Feile, ja. Naja, aber so viel Stein. So viel Federn findest du ja gar nicht im Verhältnis. Natürlich. Oh, ich habe 280 gerade dabei. Was? Ich habe 79 und noch... Ach, Feile sind gerade leer. Ich habe gerade keine Feile... Äh, keine Feile mehr dabei, weil ich die alle schon zu Feile verarbe... Ich verarbeite das immer sofort zu Feile. Ich habe gesagt, der Debug-Mode ist nicht zum Sheeten da. Ja. Ne, wenn du unterwegs bist und... Nester finde ich ganz gut. Ich bringe auch ein bisschen Hirsch mit. Boah. Oh, komm mal wieder nach Hause. Das war jetzt aber mein Problem. Ich komme jetzt mal... Was macht ihr noch für komische Bewegungen? Wow. Ich habe schon 204 Iron Fragments. Wie viele Iron Fragments braucht man pro Barren? Acht oder so? Wie gesagt. Weiß man euch, ne? Weiß es nicht. Aber ansonsten Stahlträger-Kloppen in der Stadt. Ja, das ist... Also, die bringen richtig viel halt. Na, einen Barren hatte der... Vor allem, die liegen ja alle direkt nebeneinander, die Dinger, weißt du. Ja, von allen. Du musst die ja gar nicht lange suchen. Deine liegen ja dann doch noch ein bisschen auseinander, ne? Also, ich habe im Moment einen Stein nach dem anderen. Also, ich baue einen nach dem anderen ab. Also, ich weiß halt nicht. Natürlich, für die Pickaxe könnte es eventuell nicht so... Oh, da muss ich auch dran denken, die zu reparieren. Nicht wie im Livestream, wo ich unsere eigene, einzige teure Pickaxe zerschrottet habe. Also, sie haben mir halt mehrfach geschrieben, Stahlträger sind das Effizienteste. Und das stimmt ja auch irgendwo so, aber... Weiß jetzt gar nicht. Aber das Geräusch ist nicht schön. Das stimmt. Also, das mit der zentralen Stadt finde ich zwar nicht schlecht, aber für diesen Survival-Aspekt finde ich es nicht gut. Ja, vor allem, weil man daneben spawnt. Das ist der Doof. Ich glaube, das wäre nicht schlimm, wenn die irgendwo wäre. Und du die aber erstmal entdecken musst. Die Stadt, die große? Ja. Ja, ich... Oder es müsste eine Option geben, dass diese Stadt gar nicht vorkommt. Also, weißt du, dass sie... Ups. Ich finde, dass eine kleine verteilt wird. Ne, gut, es gibt ja kleine Städte. Ohne Städte ist Bullitt. Warum? Ja, was... Und was für ein Land bist du denn? Boah! Shit, ist der doch schneller, als ich dachte. Verdammt. Ach so, nein. Ich meinte nur die zentrale Stadt, dass man die abschalten kann. Weil irgendwie finde ich es zu leicht. Weil du findest ja viel zu leicht Material. Okay, okay. Weißt du, was ich meine? Ich finde jetzt diese große Stadt... Du bist halt viel zu schnell mit dem Material ausgestattet, was du gegen die Verzeitung von Zombies brauchst. Aber ich glaube, deswegen sind die auch schwerer eingestellt, weil es... Ja, natürlich schwieriger wird, da gegen die ganzen Zombies klarzukommen. Kommst du klar hier, Wellcry? Oder bist du Serendipity? Nee, wir sind eh nur die Pfeile ausgegangen. Das hab ich dann... Dann wollte ich verhaften und dann war der Zombie doch schneller, als ich dachte. Kann es sein, dass wir jetzt überhaupt nicht dran gedacht haben... Was machst du hier mit mir? Gar nichts. Was... Ich weiß nicht, was du willst. Ganz kurz. Haben wir jetzt gar nicht dran gedacht, was anzupflanzen, ne? Ich hab meine beiden Mais aber in die Kiste gelegt. Könntet ihr ja so machen. Es dauert halt ein bisschen, bis das wächst, ne? Ja, ich hab die Ho. Ich würde halt gerne in den Garten... Jack, hast du noch Zaun? Was? Zaun? Nee, Zaun ist alle. Zaun ist verbauen. Dann fangen wir zu Obi. Praktiker gibt's ja nicht mehr, hat er zugemacht. So, ich könnte ne Hunting Rifle basteln, Alter. Geil. Ja, weil ich den Kram da gerade reingelegt hab. Grazie. Ja, du bist doch mehr so grob, so TNT. Nee, also ich bin da eher... Von dem Scheuch ist er weg. Hauptsache schießt, also du meinst überhaupt irgendwie was töten. Ja, ich mach jetzt mal hier ein bisschen... Aui. Hier, mein Freund, ne? Ich bin der Herrscher über Antibiotika, wenn du mich nicht in Ruhe lässt, ne? Ich hab acht Stück, lass mir in Ruhe auf. Ich hab auch acht Stück, ich hab auch acht Stück. Ich hab auch acht Stück. Auf der Ruhe, auf der Behe, bleib vor! Well, Cry? Ja. Warum haben wir die beiden jetzt mitgenommen? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich hab sogar zehn Stück. Für die Quote, für die Quote. Ach, für die Quote, Quote. Ja, richtig. Wem soll ich in die Eier schießen, hä? Ja. Mein Freund, du stehst am nächsten. Wieso denn ich, bitte? Ja, weil du gerade... Ich krieg die Steine nicht mehr aufgenommen. Oh fuck, mein jetzt. Ist deine Tasche voll? Hat jemand von euch noch eine, eine einzige... Nee, für dich nicht. ...Patrone? Nee. Weiße. Dass man die nicht entladen kann, ist echt böse. Wie, eine einzige Patrone? Ja. Wieso? Willst du den Kopf schießen oder was? Nein, ich will sie auseinandernehmen, um die Tipps da zu bekommen. Nein. So blöderweise habe ich alle verballert, die ich besitze hatte. Warum hab ich nicht die Bücher mitgeschleppt? Ey, der Minjas, der hat immer sein Inventar voll. Profi, echt? Ja. So, wenn ich es nicht bis 21 Uhr zurückschaffe, dann muss ich mal gucken, ob ich mit Fleisch in der Tasche in der Nacht draußen bin. Ja, das ist... Du machst auch, weißt du, mit Stream, mit Ping von 120 in PvP und mit Fleisch in der Tasche meinen, das ist unser Survival-Experte hier. Ja, aber ich habe hier fünf Pork und 16 Venison. Das ist natürlich schon nicht so schlecht irgendwo so. Allerdings muss ich ein bisschen, du hast davon verkocht. Jackie. Kannst du doch gar nicht. Ja, was denn? Haben wir hier oben? Könntest du noch ein bisschen Zaun machen und dann mit unserem Garten, ne? Ja, dann... Dann würde ich nämlich kurz mal hohen, weil man muss ja kein Wasser mehr setzen, hieß es ja. Ach, die eine Richtung ist schon frei, sehe ich gerade. Wo soll ich bitte schön das Gras reinlegen, die Plant Fibers? In welche Kiste hättet ihr es denn gerne? Brauchen wir so viel? Äh, immer mal wieder. Ich lege es jetzt zu den... Ne, ich bringe jetzt erstmal die Mentalsachen hoch und dann hole ich die Samen und der Jack macht der Zeil noch einen Zaun, oder? Ja. Wäre cool. Dann kann ich mir eine schrelle Axt und dann... Weißt du, was noch fehlt in dem Spiel sind Druckplatten wie bei Minecraft, wo dann die Türen automatisch zugehen? Unbedingt. Was kocht denn hier ein? In dem Iron-Gedöns? Ist da was drin? Ja, da war gerade eben noch, war dann noch der Grund, warte mal. Herr Minjas, kommen Sie mal bitte in mein Büro. Zum Antibiotikum hatten wir jetzt ja. Moment, genug, ne? Hier, Herr Minjas, kommen Sie mal in mein Büro, bitte. Okay, wenn wir Antibiotika haben, dann esse ich einfach mal so ein verdoppeltes Sandwich. Ja, ich bin gleich da, Moment. Sofort. Moment. Sofort. Die sind 308 gleich. Sofort. Weswegen? Entweder willst du oder du willst nicht. So. Ja, aber ich hab die Taschen voll. Weißt du, dann immer... Okay, Jungs, ich muss meine Pflicht erfüllen. Moment. Dann mach mal ein Bruch. Was denn? Ist die Tür doch offen? Wollen Sie zugucken? Sammel mal ein. Ich hab keinen Platz im Moment, aber was soll ich eins haben? Dann kriegst du keine Antibiotika, dann behalte ich sie alle für mich selber. Machst du heute unsere Essenskiste hier? Ne. Sag mal, warum... Weil der Jack bekommt keine. Oh, shit. Wieder keine Pfeile. Den Jack lassen wir eh lediglich verrecken. Na ja, bla bla. Bla... Ne, mein voller Ernst, mein Freund. Mein voller Ernst. Ey, ich kann keine... Keine Patrone ins... Breakdown-Eden. Ich hab fünf. Bitte was? Kannst keine auseinandernehmen? Jetzt mal hin. Gib mir mal eine. Ich probier mal. Wann mal, ich hab noch zwei Bücher. Nimm die mal. Sammel die mal bitte ein. Die beiden. Jacky. Oh, shit. Und gib mir mal eine Patrone. Werf sie mir hin. Ich probier's mal. Vielleicht hab ich's schon gelernt. Ich hab ein paar Bücher gelernt. Oh, ich hab Häuser gefunden. Cool. Ne 10 Millimeter soll ich das mal nehmen. Oh, scheiße. Ich hab grad ein Antibiotikum gefressen. Super. Ihh, das ist ja doof. Ja. Ja und? Nee, also ich kann... Ach so, wenn man nach rechts. Doch, ich brauchte keins essen. Mir ging's gut. Ähm, das war doch nach rechts in das Feld legen, oder? Gut, dann kriegst du halt nächstes Mal, wenn du eins brauchst, nimmst du halt einfach keins. Dann leicht sieht das wieder aus. Was hältst du davon? Ne, bin ich nicht mit einverstanden. Tu, ich kann mit der Bullet nichts machen. Also... Hier kannst du auch nicht drinlegen, ne? Ne. Schwierig. Das ist merkwürdig. Ne, ich werf's immer wieder hin. Liegt. Okay, ich will jetzt den Kram anpflanzen. Wo sind unsere... Irgendwas leckt hier gerade richtig. Bei euch auch? Ich hab Standbewerbe gerade. Nein. Okay. Ey, ich würde auch den einen Kaffee anpflanzen. Ja, das ist ne gute Idee. Vielleicht hat der Server ne neue Region erstellen müssen. Und Blueberry Seeds. Mach ich auch gleich mit. Ja, hier, guck mal. Hier und hier ist Cotton. Das kannst du auch gleich anpflanzen. Mann, das kann man ja so pflanzen. Da brauchen wir ja keine... Ja, aber... Wo kann ich Potassium Nitrid? Ach, da oben. Sammel es ein. Jawohl. Sofort. Mold bread. Und hier ist noch... Habt ihr noch sonst Samen? Weil ich hab jetzt hier nur einen Blueberry-Samen. Ich hab viermal Mais und einmal Kaffee. Habt ihr noch irgendwas? Hier unten hab ich's dir hingeschmissen. Hier liegt nix. Schatz. Da muss was liegen. Es liegt aber nichts da. Dann hast du es eingesammelt. Nein. Ich hab dir... Warum hab ich's denn eingesammelt? Ich hab's doch gar nicht eh gedrückt. Das kann ich nicht beantworten. Warte. So, jetzt. Ich hab ihn wieder eingesammelt, oder? Haben wir sonst noch irgendwo Samen drin? Hat Samen gesagt. Nein, nein. Hast du noch, Jackie? Äh, nope. Nope. Okay, ich hab Antibiotika gefunden. Das ist sehr gut hier für mich gerade. Gott, dann meinst du. Also ich hätte dir auch was abgegeben von Mann. Ja, aber Jack nicht. Und wir haben 17.10 Uhr. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Das werd ich nicht schaffen. Und, äh, glaub ich. Und, äh... Very dry, bitte nicht. Ich war noch in den Häusern gar nicht drin. Aber ich sagte mal, weil ich hier... Aber dann... Ich werd das kaputte... Das, äh, verdorbene Sandwich essen müssen. Und wenn ich Antibiotikum habe und ich krieg'n Debuff, dann kann ich den damit wenigstens wieder wegnehmen, weißt du? Jackie. Ja? Was ist denn mit dem Mikrofon passiert? Der frisst gerade sein Mikrofon. Ja. So, jetzt geht's. Ähm, könntest du... Nein. Warum nicht? Erzähl. Kannst du mir noch ein Dings machen? Was denn? Ähm, einen Zaun fertig machen. Mach ich. Gut. Also, das ist jetzt wirklich so, dass man den Samen ohne Wasser anpflanzen kann. Wenn du mich fragst, kann ich dir sagen, nein. Brauchst du nicht mehr. Wasser brauchst du nicht mehr. Oh, und die Ecke geht nicht, weil da der Zaun ist, oder was? Das geht auf jeden Fall nicht. Ich brauche jetzt auch nix. Dürft nix. So, man kann nicht mehr jetzt kaputt treten. Ich bin drüber getreten, dann ist es nicht kaputt. Sehr gut. So, mache ich hier einmal Kaffee. Äh, wie pflanzt man den Kaffee an? Muss man erst da irgendwie Sachen? Du kannst doch einfach den Kaffee so in den Boden packen. Nee, das will aber nicht. Aber du nimmst doch... Ah doch, jetzt ist es jetzt passiert. Jetzt, ja, ja, ja. Hier ist eine kleine... Da ist eine kleine Kaffeepflanze, guck mal. Guck mal, ganz süß und klein. Hier. Vor mir, da. 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 Stehst direkt drauf. Das sieht aus wie Gras, Digga. Haben wir schon ein Blatt... Wir haben ja schon ein Blatt-Draw-Kit, oder? Ja. Dann schmeiß ich meins weg hier. Ja, dann schmeiß ich meins weg hier. Warum? Das bringt sowieso nicht so viel Blut. Kann man das immer nur einmal... Kann man das mehrfach verwenden? Ja, unendlich. Okay. Deshalb, dann schmeiß ich meins weg, weil... Braucht ihr einen Platz gerade? Dann bringe ich nämlich lieber noch einen Pistol-Book für uns mit hier. Ich bin auf dem Weg zu dir, mein Lieber. So. Den Garten bitte vorsichtig behandeln. Und die Maple Seeds pflanze ich jetzt wieder, um dir den grünen Gedanken... Ne? So. So. Sehr gut. Jackie? Ja? Du hast Fans gemacht, gell? Irgendwas wie... Ist es einfach Wood-Fans? Wie schreibt man denn Fans mit E? Ja. F-E-N-C-E... Ah, Wood-Fans. Wood-Farm-Fans und ein Dings-Fans? Diese drei Bretter, die man dann sieht, das sieht man direkt. Mit rein, übereinander? Ja. Boah, ein Barb-Fans, okay. Ah, ja, sehe ich. Die sind ja praktisch auseinander. Ja, genau. Aber teuer so ein Zaun. Oder kommt da mehr raus, dass einer? Kann ich dir auch nicht mal sagen. Ich mach einfach mal drei, mal gucken. Das ist so geil. Die Seen sind ja richtige Zombie-Gruben. Das findest du geil? Ja. Verhalten ich mal wieder. Wir haben, wir haben, wir haben. Das ist so doof. Ja, aber für, keine Ahnung, für die Nacht ist es vielleicht gar nicht so schlecht, um sich irgendwas hier herstellen zu können. Danach schreddere ich den, dann mache ich Scrap-Align raus. Also überhaupt, wenn ihr irgendwas habt, was ihr nicht mehr brauchen könnt, macht am besten Scrap-Align raus. Idiot. Was? Dann war seine Aussage jetzt auch wieder nicht. Nein, ich Idiot. Ach so. Verreckt doch endlich dein blödes Stück. Jetzt aber nur schneuert. Guck mal, ich hab unseren Gartenzaun zugemacht. Guck, der Garten ist viel zu groß. Ich brauch noch einen. Los, wachst. Ach so, angeblich sollen die auch jetzt schneller wachsen. Die Pflänzchen da. Okay. Das war ja in einem Infovideo, was Weltkrieg gemacht hat, war es ja so, dass das irgendwie nicht wachsen wollte, der Kram. Oder zu langsam. Kaffee gar nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, hab ich mich sehr schreckt. Okay, du hackst Holz, aber lass doch die kleinen Bäume nur, nimm doch die dicken, die bringen doch viel mehr. Die brauchen viel mehr Stücke. Ich will ja mal im Moment herum mehr Platz haben. Sag mal, konnte man nicht irgendwie feste Steine machen, indem man zwei übereinander oder so war es nicht. Nee. Das war doch irgendwie... Nee, eher so im Quadrat oder so angeordnet. Ja? Hier, fünf Stück. Kannst du nicht mehr sagen. Dann mach ich ein Campfire, juhu. Okay, egal. Ja, ihr Lieben, wir sind wieder am Ende einer Folge 7 Days to Die. So langsam kommen wir auf einen grünen Zweig. Also der Garten wird langsam angelegt. Wir hoffen, dass Velcro hat das, der überlebt draußen in der Pampa. Velcro, wie sieht's aus? Ich komm gleich. Ich hab gerade einen Keller entdeckt. Sehr gut. Gut. Also, schaut auf dem Kanal von Velcro vorbei. Schaut, ob er überleben kann. Und schaut, ob er Mist macht. Ihr Lieben, wir sehen uns zur nächsten Folge von 7 Days to Die wieder und zwar übermorgen. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen hoch da. Und irgendwie frauht's raus, oder? Und sie schafft es immer wieder. Immer wieder. Immer rein. Tschüss, ihr Lieben. War schön mit euch. Bis dahin. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.